Die Einbindung von PC-Funktionalität in ein Steuerungsprogramm bietet vielfach Vorteile für die Gesamtautomatisierungsaufgabe. So können Sie kompakte Automatisierungslösungen ganz einfach in einem Gerät realisieren. Hinzu kommt, dass komplexe Funktionen und Lösungen für die Automatisierungstechnik heute bereits vielfach in Hochsprachen vorliegen oder in Hochsprachen neu entwickelt werden. Mit dem Open Development Kit SIMATIC ODK 1500S haben Sie die Möglichkeit, Hochsprachenanwendungen zu entwickeln und diese in den S7 1500 Software Controller zu integrieren. SIMATIC ODK unterstützt Sie hierbei bei der Entwicklung mit vorgefertigten C++ Templates und stellt Ihnen die wichtigsten Funktionen zum Laden der Anwendung direkt aus der Steuerung heraus zur Verfügung. ODK-Anwendungen gibt es für Windows-Umgebung und für Echtzeitumgebung. Der Einsatz von Hochsprachen wie C++ bietet für Sie in der Windows-Umgebung immer dann den Vorteil, wenn Sie aus Ihrem Steuerungsprogramm direkt Windows-Funktionalitäten oder Windows-Software benutzen wollen. Beispiele hierfür wären zum Beispiel eine direkte Anbindung einer SQL-Datenbank, der Austausch großer Datenmengen, die Anbindung von PC-Hardware wie z.B. Druckern, Scannern oder bildgebenden Systemen oder die Einbindung komplexer Protokolle. Die Verwendung von Hochsprachen in der Echtzeitumgebung ist für Sie immer dann sinnvoll, wenn der Source-Code bereits vorliegt. Diesen können Sie einfach übernehmen und sparen sich die Kosten für eine komplette Neuentwicklung. Auch die plattformunabhängige Entwicklung ist ein Vorteil, da Sie hier zentrale Funktionen einfach übernehmen können und nicht von Ihrem Zielsystem abhängig sind. Ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Anwendungsarten ist das Aufrufverhalten. Eine ODK-Anwendung wird in der Windows-Umgebung asynchron zum CPU-Zyklus ausgeführt. Das heißt, bei der Ausführung unserer Windows-Funktionalität haben wir keinerlei Echtzeiteinflüsse. Wir können bis zu 32 Funktionen gleichzeitig aufrufen und diese werden nach dem First-Call-First-Service-Prinzip abgearbeitet. Was das bedeutet, schauen wir uns in einem Ablaufdiagramm an. Jede Funktion wird in einem einzelnen Thread ausgeführt. Jeder Thread hat die gleiche Priorität und die Koordination obliegt Windows. Wir haben hier also von Steuerungsseite aus keine Einflussmöglichkeit. Deswegen ist es hier auch nicht möglich, eine bereits laufende Funktion durch eine andere Funktion zu unterbrechen. Die andere Funktion kann erst dann beginnen, wenn die ursprüngliche Funktion korrekt abgearbeitet wurde. Ganz anders schaut es bei Echtzeitanwendungen aus. Hier wird eine ODK-Anwendung synchron zum CPU-Takt ausgeführt. Die laufende Funktion liegt hier auf der gleichen Prioritätsebene wie der aufrufende Baustein. Und hier haben wir die Möglichkeit, eine laufende Funktion durch eine höherpriore Funktion zu unterbrechen. Aber damit auch genug der Grundlagen, schauen wir uns jetzt die relevanten Schritte bei der Entwicklung einer ODK-Anwendung an. Als Entwicklungsumgebung kommt bei der Windows-Anwendung Microsoft Visual Studio zum Einsatz. Bei Echtzeitanwendungen verwenden wir Eclipse, das bereits im Lieferumfang von SIMATIC ODK enthalten ist. SIMATIC ODK stellt für beide Entwicklungsumgebungen jeweils ein C++-Template zur Verfügung. Das bereits alle benötigten Schnittstellen und Verzeichnisse enthält. Sie können also sofort mit der Definition und der Implementierung Ihrer Anwendung beginnen. In diesem Template gibt es zwei zentrale Dateien, die für Sie wichtig sind. Hier haben wir zum einen die ODK-Datei, welche die grundlegenden Ablaufeigenschaften der ODK-Anwendung regelt und die Schnittstellen und die Funktionen definiert. Bei der Generierung wird hieraus eine SCL-Datei erstellt, die Sie ins TIA-Portal importieren und dort weiter bearbeiten können. Die zweite Datei ist die CPP-Datei, Ihre eigentliche Projektdatei. Diese Datei enthält den eigentlichen Funktionscode. Bei der Generierung werden hieraus ausführbare Dateien erstellt, die Sie entweder in Windows oder direkt in Ihrem CPU-Programm laden können. Für Windows erhalten Sie eine DLL-Datei, für Echtzeit-Anwendungen eine SO für Shared-Object-Datei. Beide ausführbaren Dateien müssen Sie dann ins Zielsystem kopieren, also in unseren Open Controller. Die Windows-DLL-Datei kopieren Sie in das Programm-Data-Verzeichnis ODK-1500S unter Windows. Die SO-Datei transferieren Sie mittels des Web-Servers unseres Software-Controllers direkt in den Ladespeicher der CPU. Die SCL-Dateien binden Sie als externe Quelle im TIA-Portal ein und generieren hieraus Funktionsbausteine zum Aufrufen der ODK-Anwendung bzw. zur Ausführung der einzelnen Funktionen. Diese Funktionsbausteine können Sie beliebig beschalten und in Ihr Programm einbinden. Und am Ende laden Sie das fertige Programm auf den Open Controller. Und damit haben wir auch schon alle relevanten Schritte zur Erstellung einer ODK-Anwendung durchlaufen. Schauen wir uns zum Abschluss jetzt noch die wichtigsten Unterschiede zwischen Windows-Anwendung und Echtzeit-Anwendungen an. Bei der Windows-Anwendung benutzen wir als Entwicklungsumgebung Microsoft Visual Studio. Wir erhalten als ausführbare Datei eine DLL-Datei. Wir haben kein Echtzeit-Verhalten. Und unsere ODK-Anwendung wird asynchron zum CPU-Takt ausgeführt. Bei Echtzeit-Anwendungen benutzen wir als Entwicklungsumgebung Eclipse, das bereits im ODK-Lieferumfang enthalten ist, bekommen als ausführbare Datei eine SO-Datei, haben, wie der Name schon sagt, Echtzeit-Verhalten. Und unsere ODK-Anwendung wird synchron zum CPU-Takt ausgeführt. Die ISO-A Untertitelung des ZDF, 2020